Die Wii U war wirklich eine Flop-Konsole. Trotzdem ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, das ein oder andere Wii U-Game zu sammeln, wenn es Spaß macht. Wir werden uns heute wieder einige Videospiele angucken zur Wii U. Und das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Meiner Meinung nach war die Wii U eine wirklich coole Konsole. Allerdings hat sie nicht wirklich das geschafft, was die Nintendo Switch geschafft hat. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass niemand verstanden hat, dass die Wii U eine neue Konsole ist und nicht irgendwie ein Add-on zu Nintendo Wii. Ich selber persönlich habe die Wii U seit Release im Prinzip und habe sie da hinten tatsächlich noch, wenn man das sehen kann. Und zwar in der Mario Kart Bundle-Variante. Und das ist tatsächlich noch die, die ich damals mir geholt habe. Für, glaube ich, über 400 Franken war das damals noch im Bundle. Und ja, es gibt, glaube ich, nicht mal 170 Spiele für die Nintendo Wii U. Darum ist es wirklich echt, echt schlimm um die Wii U. Aber ich habe einige Wii U-Spiele in der Collection und die möchte ich euch heute zeigen. Und wenn ihr in Zukunft keine Collectible-Videos zum Thema Videospiele, Trading Cards, Comics und Co. verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Betätigt die Glocke. Denn der liebe Donkey, Diddy und Dixie-Kong wird es euch danken. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Absolutes geiles Spiel. Absoluter Hammer. Ähm. Aber die Frage stellt sich jetzt natürlich, okay, ich kann das Ding hier natürlich auch auf der Nintendo Switch kaufen und spielen. Und du hast absolut recht. Allerdings ist das für mich hier das Originale, was ich noch von damals kenne. Es ist zuerst auf der Nintendo Wii U gekommen und dann hat sich die Switch gedacht, hey, porten wir doch alle super guten Spiele, die wir auf der Nintendo Wii U hatten. Ist ja easy peasy. Und verkaufen sie zum Vollpreis auf der Nintendo Switch. Was für ein intelligenter Gedanke. Ich glaube, das meistverkaufte Spiel ist dann sogar Mario Kart 8, was eigentlich nur ein Port ist. Wobei wir jetzt DLCs bekommen, insgesamt 48 Strecken über zwei Jahre hinweg. Ich freue mich riesig darum. Nintendo, take my money. Und ja, ich bin auch Nintendo Investor. Also, Donkey Kong Tropical Freeze. Absoluter Klassiker in meinen Augen mittlerweile schon. Und irgendwie in Vergessenheit geraten, dass das Original hier auf der Nintendo Wii U ist, meine Lieben. Mario Party 10. Da habe ich auch coole Erinnerungen dran tatsächlich. Vor allem auch mit dieser Bowser Party, dass einer der Spieler dann auch mit Bowser spielen kann. Das fand ich immer ganz cool. Und dass man auch mit Amiibos tatsächlich spielen konnte. War jetzt tatsächlich jetzt nicht so ein Modi, den ich mega abgefeiert habe. Aber ich fand halt immer grundsätzlich cool, dass Mario Party schon so ein bisschen versucht, auch mal neue Dinge zu implementieren. Das fehlt mir aktuell so ein bisschen beim neuen Mario Party. Wobei die neuen Mario Partys auch echt nicht schlecht sind. Also, das ist auf der Nintendo Switch das Haupt-Mario Party richtig geil. Und jetzt auch das Super Mario Party mit den alten sozusagen Brettern, die sie jetzt neu aufgelegt haben. Mit neuen HD-Grafiken und so mehr oder weniger ein Remaster. Das finde ich auch absolut spitze. Da haben wir wirklich schon echt viel Spaß gehabt an Partys mit Mario Party. Mit Super Mario Party super viel Spaß auf Partys gehabt. Meine Güte, ja. Mario Party 10 fand ich jetzt persönlich nicht schlecht. Wobei das Münzmodell, äh Münzmodell, die Sterne schon durchaus etwas anders funktioniert haben als in normalen Mario Partys. Das haben viele nicht gemocht. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass man halt einfach mehrere Münzen, 15 und so weiter gesammelt hat. Oder Minus-Münzen gesammelt hat, wenn sie dann sozusagen schwarz gewesen sind. Fand ich jetzt nicht so ein schlimmes Modell. Andere fanden das deutlich schlimmer. Darum sind halt verschiedene Geschmäcker. Ja, jeder hat da so ein bisschen andere Vorsätze. Aber New Super Luigi U. 30 Jahre sozusagen Jubiläum. Ich fand das eigentlich eine ganz geschmeidige Sache, dass sie mehr oder weniger mit der gleichen Engine so ein Spiel rausgebracht haben. Und ich muss ehrlicherweise zugestehen, irgendwie finde ich es schade, dass sie dieses Konzept nicht weiterführen. Man könnte jetzt das übertrieben gesagt, ähm, auch auf andere Spiele übersetzen, ja. Ähm, man könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Marios Menschen machen. Oder Luigi, äh, oder Super Mario Odyssey, respektive Super Luigi Odyssey oder irgend sowas. Das wäre doch ultra cool. Ich weiß es halt auch nicht. Ich fand dieses Konzept super cool, weil die Engine ist ja dieselbe. Einfach die Levels nachher sind dann einfach anders oder die Maps. Und ich fand das irgendwie cool. Also ich, ich, ich finde solche, solche, solche Gedankengänge, wenn man solche Geschichten macht, eigentlich immer interessant. Und, ähm, finde das auch, ich weiß nicht, ich kann das nicht gut erklären. Das ist so ein Emotionsding, wo ich mir sage, hey, ich, ich feiere das dann irgendwie. Oder vielleicht ist es ja einfach nur, vielleicht feiere ich das ja nur, weil es eben nur hier so stattgefunden hat. Und nicht einfach noch mehr repliziert worden ist. I really don't know. Aber was will man dazu sagen? Es ist halt ein, also, ein Jump'n'Run, klassischer Jump'n'Run. Einfach New Super Luigi U. Ja. Dann haben wir Download-Codes wieder mal. Starfox Guard. Ich muss ganz ehrlicherweise zugestehen, ich weiß absolut nicht, wieso ich mir das Spiel gekauft habe. Ich hab mir das, glaube ich, gekauft hier wegen dem Cover. Ich fand das ja einfach super cool aus, super lustig aus. Ähm, es hat ja nicht mal eine Disc drin. Und I really don't know. Ich hab absolut keine Ahnung von dem Spiel. Ich hab's mir nur wegen dem Cover gekauft. Ich fand das irgendwie cool. Seid interessant aus. Und ja, es ist halt einfach ein Download-Code enthalten. That's it, meine lieben Freunde, ja. Und es ist sealed. Ob ich das jemals aufmachen werde und spielen werde? Ich glaube tatsächlich nicht. Aber kommen wir hier zu was anderem Speziellem. Und zwar Nintendo eShop Select Steam World Collection. Steam World Dig a Fist of Dirt. Jetzt auf Disc und Wii U erhält dich. Warum das so spannend ist. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Auch der Wii U Shop oder Wii U eShop neben dem 3DS eShop, die werden beide down gehen. Beide offline gehen. Was wiederum bedeutet, man kann keine neuen Spiele mehr kaufen. Oder man kann auch keine bereits vorhandenen Spiele mehr neu kaufen im eShop auf der Wii U. Was wiederum bedeutet, dass solche Titel, wie jetzt zum Beispiel Steam World Heist oder Steam World Collection, Steam World Dig hier in diesem Kontext, nicht mehr zum Download verfügbar sein werden und nur noch so in dieser Form, eben in dieser physischen Disc Variante gespielt werden können. Klar können diese Spiele auf anderen Konsolen, wie auf der Switch oder zum Beispiel auch auf Steam. Das Spiel ist nämlich auch auf Steam oder diese Spielreihe beide auch auf Steam erhältlich weiterhin gespielt werden. Aber wenn das jemand auf der Wii U aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen gerne spielen wollen würde, dann hat er nur noch die Möglichkeit so, weil eben der eShop down genommen wird. Das ist ja dieses große Manko damals mit der Wii, mit dem Wii eShop oder mit dem DSi-Aware-Shop immer wieder das gleiche Problem. Da sind ja teilweise mittlerweile auch, wenn man das so sieht, gewisse Software eigentlich ins Nirvana verloren gegangen, die man nie mehr sozusagen recoveren konnte in dem Kontext. Aber hey, that's life. Darum Nintendo eShop Selects. Preserve the Software. Dann Paper Mario Color Splash. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der übelste Paper Mario Experte oder super krasse Fan. Ich habe jetzt auch wirklich jetzt nicht viel mit Paper Mario der Spielereihe an sich selber am Hut. Aber ich musste mir einfach sagen, okay, Paper Mario Color Splash für die Wii U Sealed in der Collection haben. Wieso nicht? Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass Paper Mario Color Splash jetzt nicht wirklich das Paper Mario Spiel schlechthin ist, was die Fans mega begeistert hat. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlicherweise zugestehen, ich finde die Toads einfach nur putzig, wie die hier aussehen. Diese Ninja Toads oder was das auch für welche sind. Gefällt mir an sich. Also ich bin auch jemand, der auch gerne Dinge collectet, die einem optisch gefallen, wenn ich das jetzt hier hinten bei mir ins Regal aufstellen würde. Das würde mir sehr gefallen, so dieser Paper, also dieser Paper mäßige Artwork Style, so sieht aus wie Karton mäßig. Also das gefällt mir echt schon, so gemeinsam gemixt mit so ein bisschen 3D Karton und so weiter, Bastelein. Finde ich eigentlich ganz gut, auch Yoshi's, 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 Yoshi's Wully World oder da gibt es auch noch das Gan-Spiel. Fand ich auch immer ganz cool, so vom Artstyle her. Aber es gefällt mir einfach, sieht einfach cool aus. Dann haben wir Super Smash Bros. 4 Wii U. Ich bin echt super schlecht in Super Smash Bros. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin echt, echt super, super schlecht. Ich fall manchmal auch alleine von den Stages runter, ist darum auch ein Spiel. Was ich zwar gerne spiele, so an Partys und Co., aber ich wirklich super grottenschlecht bin und es immer was zu lachen gibt, weil ich echt super, super schlecht bin. Also da bin ich eher Mario Kart Spieler, weil Mario Kart spiele ich deutlich, deutlich besser tatsächlich, weil ich da auch eine gewisse Zeit lang Mario Kart Wii echt, also professionell einfach halt im Clan gespielt habe. Die 9.999 Punkte auch immer schön verteidigt habe von mir. Ich muss mir einfach das Spiel noch einmal zusätzlich aufs Ziel holen, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, Super Smash Bros. ist eigentlich ein historisches Game in meinen Augen oder hat mehr oder weniger auch sowas wie ein, also so ein Gaming, so eine Gaming Art mehr oder weniger, mehr oder weniger erstellt. Mit diesen ganzen auch All-Stars, Playstation, Sony-Stars, da gibt es ja alle möglichen Abklatsche und Super Smash Bros. hat das damals in meinen Augen gestartet und für mich ist das halt auch auf jeden Fall absolut ein Klassiker, auch wenn ich grottenschlecht in diesem Spiel bin, ja. Ich wage mich sogar auch noch erinnern an Zeiten, so das war glaube ich damals die Wii auch rausgekommen ist, da habe ich tatsächlich im damaligen Franz Karl Weber, der war noch in der Bahnhofstraße, da bin ich rein immer mit meinem Kumpelkollegen, manchmal auch alleine oder mit den Eltern, aber meistens mit meinem Kumpelkollegen reingegangen, mit dem Tom damals noch und da haben wir tatsächlich, sind wir an die Konsolen, da gab es dann immer noch, ich weiß nicht, heutzutage gibt es das glaube ich gar nicht mehr, aber damals gab es noch Konsolen ausgestellt, da konntest du den Controller in die Hand nehmen und spielen und ich weiß noch, wir haben Super Smash Bros. die ganze Zeit, oder einfach Smash Bros. für die Wii damals noch, also Super Smash Bros. Brawl, einfach auf der Wii gesuchtet die ganze Zeit. Ich weiß noch, das waren Zeiten, wo teilweise halt nicht jeder und ich auch nicht immer die neuesten Spiele spielen konnte und wir dann Spiele sozusagen eigentlich im Interdiscount, im Franz K. Weber und Co. halt die Spiele, die ausgestellt gewesen sind für die PS3, für die Wii, für die Gamecube auch einfach gespielt haben dort und dort teilweise stundenlang, gebt euch das mal, ich war im Manor, meinem Kumpel stundenlang dort, dort gab es einen Wasserspender, das heißt wir haben dann gespielt am Game Boy Advance, an der PlayZ, an der Wii und so weiter und haben dann, das einzige was wir dann halt hatten immer, war dann Wasser, wir haben dann immer zwölf durch Wasser getrunken, Klo gab es dort auch im Manor, also also richtiger Heavy Shit, heutzutage unvorstellbar, dass das Kinder noch machen, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch aus der letzten Generation, die solche Geschichten gemacht hat und jetzt ein absoluter Klassiker. Zelda Breath of the Wild. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Zelda Breath of the Wild, ich darf es jetzt sagen, die ganzen Sachen sind jetzt verjährt und es interessiert mich auch mittlerweile echt nicht mehr, was Leute denken. Das ist zu einer Zeit rausgekommen, ähm, 2017 wenn ich mich da jetzt recht erinnere, also vor 5 Jahren, äh, da hab ich ja auch noch, da war ich noch angestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab da Momente, das ist mir schon fast peinlich zu sagen, ähm, also das Spiel erstens mal ultra krass, Soundtracks, Ambiente, Sound, Jesus Christ, also, wenn ich diesen Sound höre, ich weiß nicht wieso, wo ich das schon gespielt habe, ich hatte ein nostalgisches Gefühl, obwohl ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Wenn ich jetzt Sound von dem Spiel höre, ist es noch nostalgischer. I really don't know how, but, wow, Nintendo hat hier was ultimativ krasses hin gezaubert und, jetzt kommen wir zu der Story, die ich eigentlich noch erzählen wollte. Ich hab damals, wo das Spiel rausgekommen ist, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich so süchtig gemacht, und es ist ja nur ein Offline-Spiel, es hat mich so süchtig gemacht und wir haben es auf der Wii U gespielt, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt noch keine Nintendo Switch auf der Wii U gezockt. Das, erstens mal, wir mussten immer ein bisschen streiten, ob ich jetzt gerade spiele auf meinem Spielstand oder die Alexandra auf ihrem, weil wir haben zwei verschiedene Spielstände gehabt und dann das andere war, wenn ich teilweise Working from Home gemacht habe, bin ich auf diesem Spiel hängen geblieben und ja, hab statt gearbeitet, hab ich einfach dieses Spiel gezockt, ja, es ist mir heute mittlerweile schon peinlich, aber hey, das sind die Sünden, die jeder so macht, ich stehe wenigstens gerade für meine Sünden, ich hab dafür gebüßt, und ähm, genau. Weiter geht's! Pokken, oder Pokémon Tekken fand ich irgendwie ein cooles Kombo, ähm, kleiner Funfact, das ist das Spiel, als das neu rausgekommen ist, 2016, also vor sieben, sechs, sieben Jahren, ähm, als das rausgekommen ist, mit dieser Amiibo-Karte, mit dieser Mewtwo, ich glaub, das ist die Mewtwo, äh, Mega-Mewtwo-X Variante, ähm, als das rausgekommen ist, das ist das Spiel, als das rausgekommen ist, das, was ich bekommen habe, also das hab ich dann auch nie aufgemacht, weil ich nie den Reiz dazu hatte, das Spiel zu spielen, das heißt, es ist also seit sechs, sieben Jahren eigentlich sealed, geschlossen, in meiner Sammlung, und ich hab das nie aufgemacht, und ich glaub, mittlerweile ist das auch irgendwie doppelt so viel wert, weil es eben die Amiibo-Karten- Variante ist, und es halt noch im Top-Zustand ist, weil es die ganze Zeit auch in so einem Plastik drin gewesen ist, ja, also ich, äh, ich hab das nie gespielt, ähm, hab das einfach gekauft, und hab's nie aufgemacht, let's go, meine lieben Freunde, so kann's auch laufen. Kommen wir zum letzten Spiel, dem Highlight, Nintendoland, ich glaub, dem mittlerweile einzigen Exklusivtitel, den wir hier noch haben, ich glaub, Nintendoland ist immer noch ein Exklusivtitel, und ich muss ehrlicherweise zugeben, Nintendoland ist eigentlich ein sehr geiles Spiel mit vielen Minispielen, ich glaub, das ist so, wenn ich, äh, die Wii U wieder auspacken würde, dann wegen diesem Spiel, ähm, und zwar einzig und allein, weil dieses Spiel noch nicht geportet worden ist, wenn dieses Spiel dann auch noch auf die Nintendo Switch geportet wird, in der besseren Version, dann ist es für die Nintendo Wii U dann langsam wirklich Rest in Peace, und dann ist es wirklich noch so ein historisches Sammelobjekt von dieser Flop-Konsole, das ist eigentlich sowieso, aber, ähm, ja, Nintendoland fand ich eigentlich ganz geschmeidig, fand ich ganz cool, ähm, findet man aktuell noch relativ günstig, in meinen Augen, kann man sich auf jeden Fall gönnen, hat super coole Minispiele, und kann ich tatsächlich echt nur empfehlen, und, ja, das waren jetzt die Nintendo Switch-Spiele, die ich euch heute, ähm, etwas näher gebracht habe, und, ja, ich selber sammle eben auch Nintendo, Nintendo Switch, Entschuldigung, Nintendo Wii U, ich habe jetzt hier die Switch schon fast beleidigt, meine Güte, das sind halt die Nintendo Wii U-Spiele, die ich mehr oder weniger gefeiert habe, teilweise in meiner Sammlung habe, ähm, ihr habt jetzt die Gründe gehört, manchmal grundlos, manchmal sehr triftige Gründe, und ihr habt jetzt auch ein paar Backstories gehört, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, stay safe, und keep collecting, meine lieben Freunde.